Hey Leute, hier ist der Aldemar, zurück mit Warhammer 3 Total War. Weiter geht's, wir spielen das Imperium und wir töten jetzt Orks. Leider. Ich habe euch gewarnt. Wow. Ne, Orks fliehen nicht, die gehen nur weg und kommen später wieder. Also gilt das nicht als verloren. Ne, ganz wichtig. Hä? Ah. Die sind ja schon im Arsch. Ach, die sind nicht geflohen, die wurden besiegt. So, das haben wir auch. Ach doch, er ist geflohen. Müssen wir doch mal hier ein bisschen... Billige Truppe. Ach so, wir sind zu weit, wir sind zu weit. Also. Einmal müssen wir den hier weg machen. Ja, 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 wir sind mehr. Mal wieder. Ich glaube, wir müssen dem seine Siedlung einfach abreißen. Also. Das sind halt ziemlich krasse. Ist ja wohl eine Armee, ne? Das ist einfach noch nicht. Ah. Wir tun jetzt einfach erstmal da raus, ja? Ja. Ja. Anduras. Äh, Anduras, wir geben dir ne neue Brigade. Das sind nur die Fritten, ja? So, pass auf. Oh, edel. So ist jetzt die Anduras. Ist eigentlich einer von den Reitern tot. Dritter der Anduras. Eu, mich ja, Vandalen, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Dritter des Blockcrafters. Bei den Schützen weiß ich es nicht so richtig. Armbusschützen. Lohnt sich eigentlich nicht. Hier haben wir Lord Davids Schützen. Und Noahs Lappen. Lappenbrigade. Beppo Brigade. Schwertes Ulrich. So und so. Und kein Geld haben wir auch nicht. Wer braucht das? Achso, wir. Wir. Die Empire. Die Empire. Die Empire. Jetzt verprasst wieder überall Geld. Oh, jetzt wollte ich doch nicht. So war es auch. Ich finde, toll die Anfragen. Bitte gebt mir eine sehr starke Nachkampfeinheit. Ich will Ritter haben. Leute, ich kann euch hier nicht die super Einheiten geben. Sehr viele habe ich davon ja nicht. Wenn ihr halt, ihr müsst damit leben, was ich euch gebe. Wenn ich es nachgeben würde, dann könnte ich eigentlich gar keinem Einheiten geben. Nämlichstens dreien. Oh, danke schön. Alter, 600? Nicht schlecht. Prestige. Norden, dem wird das denn eigentlich? Ah, guck mal, können wir den zurückgeben? Können wir uns da einschleimen? Oh. Guck mal, so nett sind wir. Ich glaube, da müssen wir nochmal reingehen. Ja, aber auch ein Wachstum. Ich ändere das alles später nochmal. Erstmal ein bisschen Wachstum-Dingens prügeln. Geld. Ich bringe das mal den Boris. Der Boris wird unsere neue. Nochmal 5500 Inkommen mehr. Hier sind wir wieder nicht so ganz auf der Höhe. Deswegen gehen wir mal nach Helmgard. Das ist krass, ne? Man muss so überall Feuerwehr spielen. Alter, guck mal, was ist denn... Ach, das ist alles Imperium-Gebiet. Das ist quasi alles rot. Ne, das ist Wiesenland. Ja, doch. Ach, das ist Stierland. Und Ostland. Irgendwie. La. La. Die Lappen- und Beppo-Brigade können wir auch eigentlich auflösen. Habe ich das laut gesagt? Ich will nicht ungeduldig sein, weißt du? Normalerweise hätte ich die sofort angegriffen. Aber irgendwas hat mir gesagt. Nein! Tu's nicht! Wieder eingesetzter Kurfürst. Technologie. Gute Beziehungen. Erlaubt Expansion. Ereignisse. Gut, dann müssen wir die Beziehung pushen. Weiterhin. What? Obwohl ich ja nicht weiß, ob das überhaupt noch besser geht. So. Super Beziehungen! So, Demi greifen. Jetzt haben wir es getan. Dabei wollte ich die großen Gebäude bauen. Habe es nicht getan. So, wie lange haben wir denn noch? Ne. Oder? Ach, komm. Es muss jetzt einfach getan werden. Ja, also es fehlt im Multiplayer die Option, dass du das auswürfeln kannst. Das sind zwar coole Schlachten, aber im Multiplayer, wenn du halt mit acht Spielern spielst und alle machen ihre Quest Battles, dann ist das schon sehr lange. Ne? Es wäre cool, wenn man die spielen könnte. In einem Quest Battle. Das wäre was anderes. Ja, das wäre wieder echt was anderes. Befreit die Hügel von allen unlebenden Kreaturen. Ja, unsere Quarren ist nicht boer oder deer. Nein! Wir büßen die Unwander. Die Witch Hunters bringen die Wälder, dass ein Vampire Krone macht haste für Stirland, mit der Silver Seal in ihren Klettern. Ich schaffe euch, brave Menschen, mit nicht zu lassen, dass diese Vampire-S gett zu Sylvania. Denn wir wissen, dass sie ein Puppet ist. Sie Stringen sind durch den Wettbewerb von Karstein. Jetzt, Menschen, sie schreien. Sie schreien. Sie schreien. Sie schreien, was ich ist. Und schreibe diese von Karstein. Sie ein Buch. Sie schreien. Wir haben sie zur Böden in den Zentrum des Versuches. Sie schreien die Magik der von Karstein. Sie schreien die Krone schreien. Sie haben keine Bezüge. Sie schreien die Krone. Sie schreien die Kreaturen, bevor sie sie zu schreien. Sie können sie ihre Minion. Mit dem Wettbewerb von der Grand Theogenisten. Sie haben keine Zutaten. Ja! Geil! Endlich! Wir sollen angreifen ne? Wer ist denn da ganz vorne eigentlich? Gut wir müssen direkt los würde ich sagen. Dreck raus aus diesen Wäldern. Wir können auch einfach volle Kanne angreifen. Ich meine was soll uns aufhalten? Im Ernst. Da komme ich schon alle Stufe 10. Wir knallen die jetzt weg. Scheiß drauf. Guck mal was passiert. Och du Scheiße. Direkt Lebensenergie ausgesaugt. Schaffen die schon? Oder auch nicht? Ihr macht das schon weh. Ihr enttäuscht mich. Ah die müssen weg. Los nur das Lappen. Ihr macht das schon. Ah einfach hier entstellen und gut ist. Oh. Oh ja ja ja. Haha. Haha. Wir haben nicht gesehen. Wir machen das schon. Die Anduras Brigade. Die neue. Die aufgewerteten. Ja die machen ja alles. Da überlebt. Da überlebt nix. Die werden einfach ausradiert. Oh Gott. Die Ritter des Abadui. Das ist ja ja erledigt glaube ich. Wir machen gehen. No surrender! Ready! Prepare for combat! I'll ready the men! Obey! Stirling through the men! Stirling through the men! Great swords! Hildegard! 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 Meine Tante heißt Hildegard. Eine meiner Tante. Hildegard! 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 Prepare for combat! Hildegard! Oh, sehr schön! Alter, die Massenmörder! So, das war's. Ende Glendel. Sehr schön. Das hat Spaß gemacht. Es macht Spaß, Untrotodiner zu melden. Am geilsten ist das, wenn man irgendwie so eine Killbox hat. Ja, also die kommen immer durch, irgendwie durch so'n, durch so'n schlanken Weg oder so. Und dann rotzt du die mit Kanonen und Mörsern weg. Ah! Schön! Ne? Da fühlt man sich richtig toll. Wer hat denn hier keine Kills gemacht? Gehen wir mal auf Erfahrung. So, das Silbersiegel haben wir auch. Oh! Flensburg! Und schon wieder Level. Kriegswagen, Dampfwanzer, Luminanen. Mörser, Großkanonen, Hüllenfeuer, Salbenkanonen. Okay, machen wir das so. Ah! 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 Warte mal! Aha! Sehr gut. Ich glaub nicht, dass wir das benötigen. Aber, man weiß ja nie. 6.000. Ich glaub wir brauchen 7.000. To the provinces! To the provinces! Ja. Ich bau jetzt mal nichts. Walter Kohle machen. Rochrussturm ist durch. Balti geht nach da. So, jetzt die Frage. Also unser Hauptpunkt wird immer hier oben sein. Wir haben ein Problem hier unten mit... Also ich glaub wir müssen Rochrussturm runterholen. Früher oder später. Oder machen eine neue Armee da. Ich glaub er bleibt erstmal stehen. Balti muss rekrutieren. Wir wollen aber nichts ausgeben. Wir machen Runde Ben! Runde Ben! Bevor ich jetzt hier ähm... Ja, wir wissen ja wie das endet. Für das ist alles. Äh, ja. Äh, natürlich. Kislev. Widolev. Äh, nee. Nee. Oh, Mann. Ich glaube, wir machen erst mal das hier. Ist sogar noch geiler. Einkommen aus Eisen-Edelsteinen. Gilt Meister als Profession. Als Professor. So, und zum nächsten. Stab des Wohlands. Das ist aber Balti. Die Zerkammer. Das haben wir jetzt hier alles fertig. Was ist denn das für eine Rüstung? Also, im Ernst. Das anderes haben wir gar nicht. Oh. Oh. Warum kann ich nicht Galmaras nehmen? Ist es nicht besser als... Galmaras, Galmaras. Bin ich ein bisschen verwirrt. Ein bisschen Verwirrung muss sein. Ich bin Franz. Sie werden übernehmen. Aha. Warte mal hier. Besschen schlechter. Bam. Mann, ey. Könnte ich doch bloß schmieden. Guck mal. Hier können wir hier viel... Das ist halt... Viel besser bei ihm aufgebracht, der Groll-Tilger. Schenkelbeiß. Ich habe Scheißenbeißer gelesen. Okay, so. Ja, nee. Keine Ahnung. Wir machen, wenn wir mal noch ein paar mehr Items haben. Was ich natürlich noch machen kann, ist beim Balti... Äh, beim Kali. Kali Boy. Die ganzen Banner holen. Ach, die sind schon alle bei uns. Nee, das noch nicht. Ach, zwei Banner der Flamme geht, glaube ich, nicht. Nee, mehr haben wir auch gar nicht. Es reicht. Es reicht. Ich habe lange genug gewartet. Wir holen Rochus runter. Schon mal auf dem Weg nach unten. Ja, wir haben jetzt wieder keine Asche. Wir holen uns das jetzt. Scheiß drauf. Ich hätte nicht warten sollen. Scheiß auf Wiesenland. Wiesland. Altar der blutroten Ernste. Super. Ich glaube, die Küste haben wir bald wieder verloren. Das Ding ist, wir können Expeditionen in die Norska landen. Aber da was halten, ist die Hölle. Wir können höchstens alles abreißen. Aber die Frage, ob das abgerissen bleibt, ist halt immer nur so... Nee, 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 nee. Okay. So, wir geben ihm jetzt eine Option. Ja, wir können... Drei. Drei. Sie haben es mir gegeben? Geht doch. Geht doch. Ich bin euer Großlord. Hau ab, du Lappen. Das ist mein Land. Ah, jetzt müssen wir unbedingt... Ah ja, pass auf. Jetzt müssen wir mal gucken. Also. Ähm, das Problem ist, wir haben eigentlich zu viele Reiter hier. Oder Schützen. Also die... Was? Aktien? Ich habe gar keine Aktien. Hallo? Was ist denn mal los? Irgendwie geht das in letzter Zeit öfter an. Es tut mir leid. Äh. Ha. Pass auf, wir holen mal gerade den Dingens und tun mal die beiden Dingens-Brigaden weg. Müssen eine unserer Reiterei vielleicht auch wegtun. Erstmal. Und zwar die Ritter des Blockcrafter. Und, ähm... Eigentlich... Ja. Und die beiden Beppo- und Lappen-Brigaden. Müssen später nochmal eine Armee machen, die da reinpacken. So. Da geht nix. Was? Aha. Wir nehmen die, äh... Boah. Jupp. So. Und hier können wir noch einen Trupp, äh... Genau. So. So. Und das sind jetzt die, äh... Tempelritter der Heiligen Nation. Aber ich habe dir doch schon eine Brigade gegeben, glaube ich. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Das können wir ja korrigieren. Kämpfer Degenovs. Gunterbrigade. Anduras. Tokio. Schwerte des URIX. Schwertkämpfer. Das ist die, äh... Äh... Fäuste... Fäuste... von... Mondwolf. Ach, scheiße! Das gibt's doch nicht! Jedes Mal! Jedes Mal mach ich das! Mondwolf. Ja, wie gesagt, mit den Armboss-Schützen müssen wir noch gucken. Ich glaube, wir bleiben wirklich bei den Mosketen-Schützen. Also, damit können wir auf jeden Fall jetzt was anfangen. Ah, hier. Greifen... von Sera. Ist ja eigentlich Demi greifen. Aber ist egal. Da ist ja nicht Demi greifen. Na, hat das irgendjemand laut gedacht? Jaja, ich kenn euch doch. Gut, dann brauchen wir ja gar nicht runtergehen. Gut, dann gehen wir jetzt mit Rochus lieber hoch. Das war nach Disterhafen. Wir müssen den jetzt hier blocken. Und die Armee von dem müssen wir noch komplett umbauen. Das ist nämlich schäbig. Schäbiger als schäbig. Schäbiger als schäbig. Oh, ja. Also. Was sieht's denn hier unten aus? Alter. Alter, der Wurzack. Das wird echt übel werden. Ich glaube, wir müssen... Festungsscholl auch ausbauen. Na, das ist noch nicht lang... Das ist noch nicht so stabil. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ich weiß, dass ich... äh... coole Regimenter nicht einfach in den Ruhestand schicken kann. Und die dann später wieder auszuheben. Und die zoffen sich aber hier mit Giesläffe. Gut, dann... Müssen wir jetzt gar nicht weiter... äh... uns hier prügeln. Mit unseren Leuten. Wir sind eigentlich gut aufgestellt. Wir warten, bis die mich mögen. Wir bauen weiter aus. Alter, ach du Scheiße. Alter, guck mal. Die gehen ja wirklich vor. Die haben die ganze... die ganzen Zwerge hier ausgelöscht. Ich glaube, wir holen uns Grimgorg. Ich glaube, das wäre ein gutes Ziel mit unserem... sexy Karl Franz. Man of the Universe. sehr schön. I live to serve the Emperor. Ja. Es ist gut, unsere Mitglieder zu sehen. Oh ja, bitteschön. Dass ihr noch lebt? Naja, nicht mehr viel. Ich habe dark deeds gemacht. Azazil. LOL. Okay, der Nord muss gestärkt werden. jetzt müssen wir aber wirklich Balti aufwerten. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Tabala Clan. Oh ja, müssen wir jetzt mal an. Also sind wir minus drei Autorität. Äh, 20 Züge warten. Das ist schon scheiße. Wie viel macht das denn? Das ist schon... Oh, sie hat mich verdrückt. Nein, Quatsch. Okay. Das wird jetzt tricky. Okay. 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 Ah, Helmut Feuerbach. Das ist der, der hier das Sagen hat. Muss ich mir einfach vorher merken. Ich lese die Namen, aber dann vergesse ich es mal. Aldebrand Ludenhof. Eben von Liebwitz. Das ist der Falsche, das müssen wir neu machen, aber egal. Wer die Richtigen haben. Ne, wir warten jetzt noch eine Runde, dann können wir einiges bauen. Ah, Averheim, Vampire. Wir müssen aber noch gerade Grimgord platt machen, das ist wichtig. Okay, wir müssen ein neuer Meer auf. Okay, Boris Wütherich. Wird ausgetauscht. Und hier werden wir jetzt Boris neu ausstatten. Kappelbork würde super uns wieder gehören können. Nee, hier müssen wir das machen. So, jetzt erstmal. Zu teuer. Damit habe ich wieder kein Geld, wenn ich das jetzt mache. Oh, ja, das können wir tatsächlich... Oh, ja, das können wir tatsächlich... Oh, ja, das können wir tatsächlich... Machen wir es mal so. Ja, 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 ja. Und die nächste Runde. Das ist nur so wenig Handel. Ich habe so viel Handelszeug. Die sollten eigentlich super viel Asche von mir dafür bekommen. Ja, meine Autorität ist jetzt echt gering. Das ist nicht so gut. Wir müssen einfach die Kriege der anderen beitreten und so. Und stelle immer alles auf mich zukommen zu lassen. Scheiße. 10.000 Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen eher die Armee ausheben. Ich glaube, sonst haben wir echt Probleme. Wir nehmen den DB-Greif mit Hellebarden. Ja, warte, erstmal gerade gucken. Also. Ja, der Boris kriegt, äh, Sothorns Kanonen. Nee, warte, was war nochmal mit dem? Die schießen die nicht irgendwas total merkwürdiges? Kein Feuer auf von Verbündeten. Bang. Kavallery, Fernkampf, Kanonen. Kavallery. Die kommen wieder woanders rein, glaube ich. Das wäre dämlich, die jetzt nicht reinzunehmen. Dann haben wir drei Hellebarden. Kavallery, Fernkampf, Kanonen. Granatwerfer drin. Ja. Ich glaube, wir gehen auf dicke, dicke Wand. Geil, dickste Wand. Jetzt? Ja, mein Herr. Champion of the Faith. Weißt du, alle kriegen Super-Armee, aber der arme Balti muss immer noch, äh, kriegt immer noch kräpeliges. Ja, er muss weg, er muss weg. Ne? Und es nervt uns die ganze Zeit. Ich hätte das eben schon machen sollen. Ja, wir tauschen ihn ja gleich aus mit dem Boris. Der gute, alte Boris. Ich habe schon wieder vergessen, die Folge zu beenden, ne? Ich mache wieder eine und wieder eine. Und wieder eine. Äh, L'Oreal, äh, ja. Scheiße, also das wird auch noch sehr spannend. Wir müssen das Imperium vereinen. Dann sichern wir alle Grenzen und dann können uns alle anderen mal, kreuzweise. Ja, ich glaube, wir müssen mal den Balti da oben rausholen. Und hier unten. Irgendwo. Ja, klar, Zauberer und so. Vielleicht warten wir einfach auf die Stadt erst mal. Kämpfen die gegeneinander? Drock. Alter, was für eine Pest. So, okay. Liebe Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge beim wunderschönen Warmer 3 Total War. Und bis dann wie immer. Haut rein. ool-U-M-B-A-T-N-D-E-B-E-R-M-L-E-B-E-R-S-A-T-R-E-R-O-M-L-E-R-E-R-S-A-T-H-C-A-T-H-A-T-H-A-T-H-C-A-T-H-A-T-H-A-T-H-A-T-H-A-T-H-A-T-H-T-A-T-H. Bis zum nächsten Mal.